Mein Name ist Lydia Albers. Ich stelle Ihnen heute den Wissensbus vor und nehme Sie mit auf die Reise. Der Wissensbus richtet sich an Mitarbeitende in den Betrieben, von der Counter bis zur Führungskraft. Auf unserer Fahrt im Wissensbus lernen Sie interessante Beispiele kennen. Diese können sehr vielfältig sein. Hotels, die mit speziellen Angeboten für zum Beispiel Dänen locken, Museen, die mit mehrsprachiger Beschilderung begeistern, Restaurants mit internationalem Speisenangebot. Wie klappt es mit dem internationalen Gast? Wir stellen Ihnen gute Ideen vor und besuchen Betriebe mit Ihnen, die auf internationale Gäste bereits prima ausgerichtet sind. Nehmen Sie Ideen für Ihren eigenen Betrieb mit, tauschen Sie sich mit anderen aus, blicken Sie gemeinsam auf Erfahrung mit internationalen Gästen zurück. Jeder Leistungsträger mit Sitz in der Metropolregion Hamburg ist eingeladen. Nutzen Sie die Chance, tolle Unternehmen aus den verschiedenen IHK-Bezirken in der abwechslungsreichen Metropolregion Hamburg kennenzulernen. Die Touren folgen einem klaren Konzept. Es werden zentrale Start- und Endpunkte gewählt. Außerdem besteht die Möglichkeit, weitere Zustiege im Projektgebiet zu vereinbaren. Jede Tour umfasst ungefähr sieben Stunden und dauert daher mit An- und Abreise den ganzen Tag. Die Metropolregion Hamburg lädt Sie auf die Wissensbus-Tour ein, sodass Sie ohne Kosten Ihren Erfolg und die Internationalisierung Ihres Betriebes steigern können. Für Ihr leibliches Wohl ist ebenfalls gesorgt. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an kostenlosen Getränken sowie einen Mittagssnack. Sie können gerne auch eigene Speisen und Getränke mitbringen. Und? Lust mit uns an Bord zu gehen? Dann besuchen Sie uns jetzt unter www.blogbuchinternational.de und melden sich kostenlos an. Bis bald im Wissensbus. Ich freue mich auf Sie. Ihre Lydia Albers